Die Einschränkungen sind notwendig, damit wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten. Und damit Kranke auch Platz haben auf Intensivstationen. Ansonsten kann es passieren, dass Ärzte entscheiden müssen, wer beatmet wird und wer nicht. In Italien zum Beispiel ist das ja leider schon trauriger Alltag für Ärztinnen und Ärzte. Da hilft es nicht gerade, wenn manche Kritiker und Zweifler das Netz mit fragwürdigen Thesen überfluten. So wie zum Beispiel der Mediziner Sucharit Bhakti. Im Gegenteil. Bhakti glaubt nicht, dass wegen der Corona-Pandemie die, Zitat Bhakti, Eingrenzung und Begrenzung von Grundrechten in unserem deutschen demokratischen Staat überhaupt zu verantworten ist. Bhakti ist ehemaliger Mikrobiologie-Professor von der Uni Mainz. Er hat seit zwei Wochen einen eigenen YouTube-Kanal. Seine Videos verbreiten sich enorm schnell. Sein neuestes Video, ein offener Brief an Angela Merkel, hat über eine Million Aufrufe. Sind seine Zweifel berechtigt? Wir schauen uns mal zwei von seinen Behauptungen genauer an. Die erste, Bhakti glaubt, dass die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut für Hochrechnung nutzt, viel zu hoch gegriffen sind. Seine Begründung, bislang weiß niemand, wie weit das neuartige Coronavirus wirklich in der breiten, gesunden Bevölkerung verbreitet ist. Weil dazu eben einfach keine Tests gemacht wurden. Damit hat er erstmal recht. Bislang wurden fast nur Menschen getestet und registriert, die Symptome der Krankheit Covid-19 haben. Somit weiß niemand wirklich, wie hoch der Prozentsatz der Infizierten in der Bevölkerung tatsächlich ist. Diese Dunkelziffer, die einzugrenzen. Das ist aber ein Thema, an dem deutsche Virologen schon arbeiten. Dazu braucht man repräsentative Untersuchungen, bei denen systematisch verschiedene Bevölkerungsgruppen durchgetestet werden. Was wir aber jetzt schon kennen, ist die absolute Zahl der Erkrankten, die auch wirklich getestet wurden. Und die steigt weiterhin an. Ebenso wie die Zahl der Gestorbenen. Bhakti dagegen behauptet, dass der Anteil an Leuten, die das Virus abbekommen und dann auch wirklich richtig krank werden, sehr viel niedriger sei, als von offizieller Seite behauptet. Er sagt, 99% der Infizierten haben keine oder nur leichte Symptome. Sie seien zwar infiziert, aber nicht erkrankt. Das RKI dagegen sagt, dass bis zu 20% aller Erkrankungen schwer oder lebensbedrohlich verlaufen. Wie Bhakti zu seinen Zahlen kommt, ist unklar. Aber die Schlussfolgerung, die er daraus zieht, die ist gefährlich. Er bezweifelt, dass Ausgangsbeschränkungen überhaupt nötig sind. Kommen wir zu Bhaktis zweiter Behauptung. Er sagt, das neue Coronavirus sei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefährlicher als normale Coronaviren. So eine Aussage ist gefährlich und schlichtweg falsch. Warum? Zum einen ist das neuartige Coronavirus deutlich krankheitserregender als die Bekannten. Das belegt die hohe Zahl der Schwerkranken und der Toten. Und die genetische Ähnlichkeit mit dem gefährlicheren SARS-1-Virus. Bhakti vergleicht das neue Virus auch mit der Grippe, an der 2017 und 2018 20.000 Menschen gestorben sind. Damals gab es keine so drastischen Maßnahmen wie heute. Und deshalb glaubt Bhakti, sei das auch im Fall von Covid-19 nicht nötig. Aber das Robert-Koch-Institut befürchtet, dass SARS-CoV-2 zu viel mehr Todesfällen führen könnte. Denn anders als bei Influenza, bei der die Infektionsrate im Frühjahr regelmäßig abflacht, steigt bei Covid-19 die Zahl der Infizierten auch jetzt immer noch eher exponentiell. Und bislang gibt es keinen Impfstoff. Auch anders als bei der normalen Grippe. Bhakti fordert Studien, um wissenschaftlich belegen zu können, wie gefährlich das neue Virus ist. Das ist bestimmt berechtigt. Erste Studien laufen auch schon, um mehr über Covid-19 rauszufinden. Das braucht aber Zeit. Und auch wenn wir gerade noch große Lücken haben in Sachen Daten, das ist noch kein Grund, Entwarnung zu geben. Denn niemand weiß genau, was wirklich passieren wird. Gerade deshalb ist es doch sinnvoll, dass wir den Worst Case annehmen. Und viele Epidemiologen und Statistiker sagen, selbst die Best-Case-Szenarien könnten die Krankenhäuser überlasten, wenn wir uns nicht an die Maßnahmen halten. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020